Boxing, da ist Morgenkaffee. So, und auch nochmal für YouTube. Hallo und herzlich willkommen zum Morgenkaffee. Heute mal wieder alleine. Was einfach nur daran liegt, dass mein Gast leider absagen musste spontan. Aber das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Wir haben auch ein paar Leute im Chat. Und da ich heute eh nicht so mega lange machen wollte, ist das eigentlich ganz praktisch. Ich hoffe, wie gesagt, dass man mich halbwegs gut hören kann. Aber in den Aufnahmen später ist das eigentlich immer ganz okay. Ja. Wie immer habe ich mir einen schönen Kaffee gemacht. Allerdings habe ich diesmal kalt gebrüht über Nacht und trinke den jetzt aus der Flasche. Weil ich hatte heute Morgen keine Lust auf warmen Kaffee. Und das tut's auch. Schmeckt auch lecker. Ja, wir können ja mal ein bisschen über den ganzen Staff reden, der momentan so anliegt. Der jetzt mal kommt. Und so weiter. So ein bisschen sozusagen den Morgenkaffee heute mal missbrauchen als Ankündigungsding. What? Auf was ist das Wort bezogen? Auf den kalt gebrühten Kaffee? Kalt gebrühter Kaffee, ja. Ja, in sich ist es Eiskaffee. Du kannst halt, man könnte es auch langsam brühen nennen, du kannst halt Kaffee auch ohne heißes Wasser brühen. Und das dauert nur wesentlich länger. Schmeckt aber gut. Muss du mal googeln. Ist cool. Und ist, wie gesagt, wenn man Kaffee-Junkie ist wie ich und an diesem Punkt kommt, wo man den nicht immer warm trinken will. Aber trotzdem eine ähnliche Qualität möchte. Ohne, dass der so plörrig wird, weil man den irgendwie in einer Tasse stehen lässt. Das ist eigentlich eine ganz schöne Variante. Ich mache das auch nicht so oft, weil das kostet dich eine Menge Kaffee, wenn du es machst. Aber ich hatte da irgendwie Bock drauf. Deswegen habe ich mir welche gemacht. Wie gesagt, ich missbrauche heute den Morgenkaffee ein bisschen so, um über die momentan laufenden Projekte zu reden. Und über das, was denn da kommen möge. Denn einige Dinge, die ich schon lange, sag ich mal, angedeutet habe, ich wollte gerade fragen, ob der denn auch wie abgesteundener Kaffee schmeckt. Ich finde er nicht wirklich. Also der ist halt anders gemacht. Abgesteundener Kaffee ist einfach nur heiß gebrühter Kaffee, der dann stundenlang rumsteht. Das andere halt nicht. Also er schmeckt nicht wie abgesteundener Kaffee. Der schmeckt einfach nur wie eine kalte Version. Ich kann es nicht gut beschreiben. Schmeckt aber lecker. Oder mir auf jeden Fall. Erstmal in der Röstbar bei mir um die Ecke. Das ist ganz nice. Aber meine Pulle ist fast leer. Ich habe mir etwas mehr als einen halben Liter gebrüht und den habe ich jetzt schon fast leer getrunken. Und natürlich schwatt wie meine Seele, war es wichtig. Nein, aber die Röstung bei mir in der Röstbar ist auch gut. Hier bei mir in der Ecke. Dementsprechend. Ich wollte den Morgenkaffee nutzen, um ein bisschen über Projekte zu quatschen und über Sachen, die kommen und gehen und wie auch immer und was. Hablabel. Weil dieser Monat und wahrscheinlich auch die kommenden sind ziemlich voll mit Streams. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie viel ich diesen Monat hatte. Ich kann mal eben kurz in meinen Terminkalender schauen, dann kann ich euch das sagen. Weil mein Terminkalender war freizeittechnisch sehr, sehr voll seit der RPC. Genau, wir hatten in irgendeiner Form, auch wenn wir nicht immer live waren, hatte ich eigentlich fast jeden Tag irgendwelche Rollenspielkisten. Den ganzen Monat schon. Also seit dem 6. an eigentlich jetzt bis zum 30. durchgängig. Und das wird danach nicht viel weniger. Wir haben jetzt endlich mit Fog & Mirrors angefangen, worüber ich mich sehr freue, weil das ein Projekt, weil das A lang in Arbeit war und B, wo ich viel als Spieleleiter Arbeit reingesteckt habe. Der Plot fängt noch ein bisschen langsam an. Das geht aber auch vor allem darum, dass Justicon sich daran gewöhnt, weil wir haben vorher ja eine Prequel-Runde gespielt, wie ich schon mehrfach erwähnt habe. Oder mehrere, könnte man sagen, über eineinhalb Monate hinweg, wöchentlich. Dass er sich daran gewöhnt, sozusagen damit live zu sein mit dem Charakter und mit dieser Story und so weiter. Deswegen momentan ist der Plot noch relativ light. Der wird aber sehr vielschichtig und kompliziert, desto weiter wir gehen. Das Ganze heißt nicht umsonst Fog & Mirrors. Denn es geht viel um Wahrheiten, Verschleierungen. Es wird jede Menge Plot-Twists geben. Und vor allem, was ich daran sehr gerne mag, ist Justicon hat, sobald er aus dem Spine of the World raus ist, hat er die absolute Freiheit, wo er hingeht. Er hat zwar momentan ein persönliches Ziel, nämlich Luzgan, aber er hat einige Punkte aus dem Prequels, wo er theoretisch hingehen könnte. Aber in sich hat er komplett freie Wahl, wo er sich hinbewegen will, was ich sehr, sehr gerne mag. Also er kann theoretisch die Schwertküste verlassen und sonst wohin tanzen gehen. Das andere Projekt, was hier jetzt seit ein paar Wochen läuft, ist die Buffy-Runde, von der wir jetzt die dritte Episode letzten Samstag hatten und die vierte nächsten Samstag kommt. Das wird noch alles schön stressig. Du hast Drogen vergessen. Ja, Drogen. Ja, Drogen sind doch immer involviert. Mein Scherz. Ja, wie gesagt, das wird nächste Woche weitergehen, kurz nach dem Besuch von Chosen, wo je nachdem, was abgeht, wir auf jeden Fall noch den Morgenkaffee wahrscheinlich entweder als Zweier- oder Dreiergruppe hier zusammen live von hier aus leisten, zusammen wahrscheinlich mit Dennis, wenn er kann. Also ohne Skype, dass uns dazwischen funkt, was ganz cool sein wird, glaube ich. Es kann sein, dass wir vielleicht auch irgendwelchen anderen Stream-Kram machen, während Chosen da ist, je nachdem, wie der auch Bock hat. Das gucken wir dann. Der Chosen ist ja auch da, der kann sich dazu im Chat äußern, wenn er möchte. Ja, Sandboxing geht ab morgen wieder weiter. Ich habe noch ein bisschen was Off-Air gemacht, könnte man sagen, wo wir dran kommen. Und wir haben jetzt dann noch geplant, lass mich mal eben schauen. Insgesamt sind noch drei Episoden bis vier Episoden geplant für Sandboxing, für die Sandbox, an der wir jetzt gerade arbeiten. Wir werden uns jetzt die nächsten zwei Episoden erstmal ordentlich mit Quests und Questreihen beschäftigen und dafür schon mal so die Grundprämissen schreiben. Und dann nochmal so ein bisschen ein finales Fazit lernen, einmal was wir über das Projekt gelernt haben und einmal wie wir von da an mit Sandboxing weitermachen werden. Weil wir haben ja noch zwei Sandboxen, die ich so ausgesagt hatte und außerdem muss ich ja, werden wir dann später nochmal ein Update-Video machen, wenn ich die ganzen Sachen verpackt habe in eine Zip, die man dann downloaden kann, wo die ganzen Infos drin sind, die ich ausgeschrieben habe. Weil viel von der Arbeit lohnt sich halt nicht. Nee, kein Faktor 10. Wir werden jetzt uns relativ konzentriert die nächsten zwei Episoden halt mit den Prämissen, also praktisch sehr, sehr kurzen Beschreibungen für Quests und Quest-Plotlines beschäftigen, die ich dann halt ausschreiben werde off-air. Weil es ist halt, es gibt viele Sachen bei einer Sandbox, die sind so, die sind Busywork. Das sind also Sachen, die sind für Zuschauer nicht so extrem spannend. Sich das anzusehen, wie ich da stundenlang sitze und irgendwelche Sachen hin und her kopiere oder Sachen hin und her schiebe. Das ist nicht so sonderlich spannend. Oder für sechs Stunden in eine Richtung laufe mit irgendeiner Idee und dann designtechnisch, während ich das Ganze aufbaue und dann merke, dass das nicht funktioniert und dann das Ganze nochmal mache. Das ist nicht so mega spannend und das meiste, was jetzt halt, sag ich mal, noch aussteht, ist das Ganze ein bisschen zu strukturieren, dass das jemand, der nicht alle Videos geguckt hat, wenn er die PDF bzw. die Textdateien liest, versteht und damit gut arbeiten kann. Das ist so ein bisschen das, was ich dann halt off-air machen werde und halt die ganzen, die Karten noch ein bisschen ausbalancieren. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir drei maximal vier Episoden noch brauchen. Weil zwei sind, wie gesagt, auf jeden Fall reserviert für Quests und Questideen sammeln und dann wahrscheinlich eine Fazit-Episode. Die Idee, die ich danach habe, ist halt, wie gesagt, dass eine kleine Pause kommt, in der ich einmal die Ganze dann fertig mache und vor allem auch, damit so ein bisschen Ruhe hineinkommen kann, dann wollte ich vielleicht ein paar Special-Episoden machen mit Dingen, die, sag ich mal, die angefragt wurden, die ich besser fand als separierte Episoden im Endeffekt. Eine davon wäre, eine Rasse für ein Fantasy-Setting zu erstellen oder generell für ein Setting zu erstellen, aber Fantasy macht, glaube ich, am meisten Sinn. Kann man wahrscheinlich auch mit einer Alien-Rasse machen, aber so in dem Sinne, das wollte ich einmal eventuell als Separierte machen, vielleicht für, keine Ahnung, für Pathfinder und D&D, weil zum Beispiel für sowas wie DSA ist es relativ schwierig, da eine gute in den, sag ich mal, da müsstest du sehr viel am Lore rumkaspern, um da eine gute reinzuschreiben, glaube ich. Und da müsste ich mich wesentlich besser auskennen mit DSA, um das da machen zu können. Aber halt bei D&D und bei Pathfinder geht das relativ schnell. Da können wir dann auch mal über Conversions reden, eventuell, also wie man welche, zum Beispiel, was viele machen, ist aus alten Versionen von einem Rollenspiel, die in einen, sozusagen in eine neue adaptieren. Zum Beispiel momentan adaptieren viele Leute Sachen aus 3.5 zu 5 in Pathfinder, äh, in D&D. Und, äh, deswegen, da habe ich mich halt so ein bisschen reingelesen, halt zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, die Asimar waren welche von den Homebrews, weil es mal eigentlich noch keine Offiziellen gibt. Aber ich müsste nachgucken. Und, äh, ja, das werden wir eventuell machen. Da werden wir ein schönes Beispiel uns raussuchen aus beiderlei Dungeons & Masters Guides oder so und werden uns aber ein schönes basteln. Das wird schon passen. Also was Werte angeht und eventuell auch ein bisschen Backstory, wo die herkommen oder so. Das könnte ganz cool sein. Ich finde es zum Beispiel cool, für Pathfinder zum Beispiel sowas zu bauen, wie die Warforged. Aus D&D. Die sind ziemlich cool. Die mag ich sehr gerne. Ich habe heute Morgen einen, äh, Charakter, einen Warforged erstellt, deswegen habe ich es gerade mit denen. Ähm, oh Gott, was steht da noch alles an? So viele Dinge. Äh, lalalala, dat, 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 dat. Ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen das bei Sandboxing. Ähm, Löffelgatt Podcast ist nächsten Dienstag. Das freut mich auch, dass wir diesen Monat tatsächlich mal zwei geschafft haben und vielleicht auch, sag ich mal, nach Engeis Umzucht das wesentlich regelmäßiger hinbekommen. Also das, weil eigentlich hätten wir schon viel mehr Episoden schaffen können. Wir sind einfach nur super unkoordiniert. Und wir haben eine ziemlich lange Liste an coolen Themen, wo wir noch drüber reden wollen. Dementsprechend wird das sehr nice, glaube ich. Aber nächsten Dienstag versuchen wir die Item Management Episode zu reloaden, könnte man sagen. Kann aber auch sein, dass sich das Thema noch ändert, weil uns langweilig wird. Man kennt uns ja. Wir ändern ja immer gerne unsere Meinung. Ähm, ich will nichts ankündigen, aber eventuell ist morgen Rotre. Oder Dungeons & Dragons. Äh, Dungeons & Dragons, was weiß ich. Entweder ist morgen früh Rotre oder Dragon Age. Je nachdem, ob Dennis uns jetzt noch antwortet oder nicht. Weil in unserer WhatsApp-Gruppe für Rotre steht 6 Millionen mal Dennis, weil wir haben halt gefragt, ob er kann. Und er hat auch nicht geantwortet. Und jetzt hat Engai angefangen, mit dem Meme-Generator irgendwelche bescheuerten Memes zu Rotre zu bauen. Irgendwie so dieses Gesicht mit dem heulenden Mädel und dann... Äh, wenn du Dennis fragst, ob er Zeit für Rotre hat, aber er nicht antwortet und so. Also, natürlich lebt Rotre. Es ist nur momentan schwierig, Termine dafür zu finden. Es ist sehr häufig so. Also wir hatten es zum Beispiel einmal... Äh, da hatten alle zugesagt. Aber wir hatten Elos Zusage falsch interpretiert und sind dann davon ausgegangen, dass es nicht stattfindet. So ein bisschen so. Also Rotre lebt. Es ist nur halt einfach momentan sehr schwierig, Termine zu finden, wo wir alle vier können. Weil dann hat einer Geburtstag, dann war die APC, dann war ich im Urlaub, dann war irgendjemand anders im Urlaub. Und das ist dann ziemlich schnell, dass das nicht mehr regelmäßig läuft. Ne? Ich weiß. Ich weiß. Aber ich könnte verstehen, warum Leute eventuell denken, dass es gecancelt ist. Es ist nur halt momentan sehr schwierig. Wenn Engai erstmal umgezogen ist, wird es hoffentlich ein bisschen easier auf seiner Seite. Äh, mit... Mit Planung und bei den anderen ist es halt wie gehabt, ne? Äh, ja. Azerside geht nächste Woche Donnerstag auch weiter. Ähm, und dann am 30. auch nochmal. Und ich glaube, dann ist erstmal ein bisschen Ruhe wieder, weil dann Engai ist Umzug ansteht. Und der halt noch nicht genau weiß, wie es mit Internet ausschaut. Ob die direkt Internet haben, ob das Monate dauert, bis der wieder welches hat, etc. pp. Dementsprechend ist das ein Thema. Beziehungsweise wie schnell dann der Umzug anläuft und äh, wie sich das alles hin und her zieht. Dann, ja. Das heißt, das lässt uns jetzt auf jeden Fall für die nächsten Wochen mindestens immer mit drei Stream-Terminen, eher mit mehreren pro Woche. Das heißt, Before the Mirror ist jeden Mittwoch um 20 Uhr, wie immer. Das ist ziemlich fest. Das bleibt eigentlich auch so. Es sei denn Justicon oder ich müssen da aus irgendwelchen Gründen absagen. Mal für einen einzelnen Tag oder so. Das kann mal sein. Oder wir müssen es vielleicht mal auf einen anderen Tag verschieben. Das könnte passieren, aber generell versuchen wir es zu verhindern. Äh, und dann halt Samstag ist der Morgenkaffee. Ähm, ich will versuchen, dass das Saturday Madness-Ding, was ich schon überall drin stehen hab, so ab nächsten Monat, vielleicht übernächsten, wirklich regelmäßig läuft. Dass, wenn ich am Samstagabend nichts zu tun hab, dass es dann immer was gibt eigentlich. Weil, man stelle sich vor, ich hab außerhalb auf Streams auch noch ein Privatleben. Ich bin da auch nicht wirklich. Ja, ich kenn das. Wir hatten das ja auch. Aber mein Internet ist sowieso Holz-Internet, dementsprechend. Und ich bin schon froh, dass ich diese simplen Setups, die ich streamen, halbwegs streamen kann. Ohne, dass alles stirbt. Obwohl der letzte Morgenkaffee mich in den Wahnsinn treibt, weil ich gerade versuche, den ein bisschen zu editieren. Damit er etwas angenehmer zu schauen ist, so im Nachhinein. Weil der war ein bisschen nervig. Deswegen ist der auch noch nicht, äh... Deswegen ist der auch noch nicht auf dem YouTube-Kanal, weil der... Der ist special. Vor allem wegen der ganzen Internet-Probleme. Ähm... Und ich mag es nicht, sowas uneditiert dann auf den Kanal zu schmeißen, weil es ist einfach nur... Dadurch sehr unkoordiniert und wir verlieren öfter mal den Faden, weil... Irgendwie, weil der Server nicht läuft oder sonst was. Und dann, meh... Deswegen versuche ich den gerade auf ein angenehmes Format runter zu cutten. Und so ein paar von den... Von den komischen Pausen rauszunehmen, ohne dass das zu sehr auffällt. Ähm... Genau, ein anderes Projekt, äh... Wo mich auch mal wieder viele nach gefragt haben, ist, äh... Dings, was auch überall mit drin steht. Äh, Brian7, oder wie es früher hieß, Project heißt. Und warum das denn immer noch nicht angelaufen ist. Das hatte mehrere Gründe. Erstmal, weil ich mit dem System, mit dem ich es gebaut habe, nicht sonderlich happy war. Mehr so im Nachhinein. Weil es mir zu vage war. Also ich mag es gerne, aber... Ähm... Damit, sag ich mal... Ich nicht in so Situationen komme, wo ich vielleicht... Weißt du, wo ich dieses habe... In einer Runde habe ich einem Spieler was erlaubt. Und in der nächsten Runde habe ich vergessen, dass ich dem das erlaubt habe. Und ein anderer Spieler will das machen. Also dieses Zeug. Ich brauche ein bisschen mehr Regeln dafür einfach. Damit ich manche Sachen schneller abhandeln kann. Ähm... Und deswegen bin ich dann aufs Uni-System gewechselt. Ähm... Mit dem ich mich ziemlich gut auskenne. Oder relativ gut. Ziemlich gut. Wäre eine vollkommene Überschätzung. Aber ertragbar gut. Ich kann damit arbeiten. Und ähm... Da adaptiere ich das jetzt halt gerade rein. Ich schnappe mir aus verschiedensten Varianten des Uni-Systems, die für verschiedene Sachen benutzt wurden, Elemente, die ich mag. Und versuche die gerade zu balancen. Zum Beispiel, ich mag die Dramapunkte aus Buffy unglaublich gerne. Buffy basiert ja auch auf dem Uni-System. Und ich mag das, nennen wir es mal, relativ versimpelte Kampfsystem. Auch aus Buffy sehr gerne. Deswegen gucke ich momentan, wie ich es mache. Und was das Uni-System halt eigentlich nicht hat, sind Rassen. Und da bin ich jetzt halt momentan gerade, weil es gibt halt die klassischen Fantasy-Rassen in Brian 7. Also Menschen, Elfen, Zwerge, Orks, Halblinge, Gnome, Hallalalle und Hai-Tai-Tai. Und natürlich auch die ganzen Hafus, weil es gibt einen Hafu von jeder humanoiden Rasse miteinander. Dementsprechend wäre es dann halt die Frage, so ein bisschen, ob ich... Ob ich Rassen baue, in dem Sinne. Also, dass du sozusagen basisch als Mensch anfängst und dann eine Rasse als Beispiel nimmst. War Project Hai diese Abenteurer-Gilde oder werfe ich das durcheinander? Das ist korrekt. Das war die... Also nicht eine Abenteurer-Gilde, sondern eine Diebes-Gilde. Aber generell ja. Das ist das, genau. Und wie gesagt, da bin ich jetzt momentan so ein bisschen am hin- und hervorwerken, wie ich es am besten umsetzen kann. Ja, da kann ich ja nochmal ein bisschen was zu sagen. Angelegt ist es halt generell so, dass ich einen großen Spielerpool habe, die alle einen eigenen Charakter haben. Die immer ungefähr auf einem Stärkelevel bleiben. Also die werden nicht aufleveln, sondern die bleiben relativ gleich, könnte man sagen. Es sei denn, wir entscheiden uns irgendwann, dass wir alle Charaktere einmal gemeinsam aufleveln oder so. Ich guck mal, wie ich das mache, weil ich will nicht, dass die Charaktere zu unterschiedliche Stärkelevel haben. Ich will eigentlich, dass die von Anfang an ein relativ solides Grundgerüst haben. Und zum Beispiel auch, dass Magiesystem so offen ist, dass das nicht am Leveling hängt, sondern mehr an anderen Sachen. Und dann, äh... Das sozusagen, dass man dann einfach mit denen spielen kann, weiß. Und man nicht dieses hat, äh, der Spieler hat schon, keine Ahnung, sechs One-Shots mitgespielt und ist deswegen viel stärker als die anderen. Weil das ist immer so ein bisschen nervig. Also es sei denn, der Spieler kann damit gut umgehen, aber meistens ist es eher ein bisschen nervig. Deswegen würde ich die lieber alle ungefähr auf einem Powerlevel halten. Dass die Spieler alle ihre eigenen Stärken und Schwächen haben. Und die auch so ein bisschen verbleiben. Und sich die Charaktermeer durch Charakterplay weiterentwickeln und die persönliche Story. Aber das gucken wir mal. Das ist, wie gesagt, was, womit ich jetzt mich gerade auseinandersetze. Deswegen zieht sich das Ganze ein bisschen hin. Und ich muss natürlich ein paar Sachen schustern, beziehungsweise mir überlegen. Was natürlich auch wieder interessant ist für das Setting in sich. Welche von den ganzen Vor- und Nachteilen machen Sinn in meinem Setting. Also, und was für Effekte haben die auf die Charaktere. Weil manche Sachen waren relativ simpel, andere Sachen sind ein bisschen komplizierter. Ja, bin ich jetzt halt momentan gerade dabei, das auszufuchsen. Weil in sich ist es ja so, sag ich mal, eine Homebrew-Version vom Unisystem, die ich mir gerade baue. Und sowas dauert immer ein bisschen. Aber ich komme voran. Die Endidee ist im Endeffekt, jede Menge Spieler zu haben, die alle einen eigenen Charakter haben. Und dann One-Shots zu spielen oder Two-Shots. Mit verschiedenen großen Gruppen und dann passenden Abenteuern. Die Abenteuer sind halt geschrieben. Es geht jetzt mehr um die Regelseite. Aktuell. Und das ist halt was. Das muss ich halt zwischen alles andere schieben. Weil wie gesagt, momentan ist es so, ich streame mindestens dreimal die Woche. Diesen Monat eher, also zum Beispiel nächste Woche streame ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eventuell sieben Mal. Nächste Woche. In meiner Freizeit, außer halt meiner Arbeit. Und dementsprechend ist es viel. Wir nehmen einfach alles klatschendes zusammen und dann verbrennen wir das irgendwie im AIM. Exakt. Das ist genau das, was ich gerade mache. Ich baue ein Frankensteins-Monster. Ja. Und wie gesagt, das wird, glaube ich, ziemlich cool. Ich habe ziemlich viele Abenteuer, wie gesagt, geschrieben. Und die Idee von einem großen Spielerpool gibt halt den Vorteil, Spieler können mal zusammen spielen für den One-Shots, sind aber nicht aneinander zwingend gebunden. Zum Beispiel, wenn sie merken, irgendwie die Spielstile sind so unterschiedlich oder so, oder man versteht sich einfach nicht, dann ist man nicht so fest dran gebunden. Wenn die Rekrutierung für die Gilde losgeht, sagst du auch ins D-Stream-Bescheid. Nachher übersehe ich das am Pool noch. Ja, kann ich gerne machen. Ich werde dann wahrscheinlich nochmal irgendwie einen kleinen Ankündigungs-Stream oder so machen, wo ich eventuell Fragen zum Setting und zum Regelsystem beantworte. Das wäre vielleicht ganz interessant. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die Rekrutierung mache, das ist das andere Problem. Weil ich habe es natürlich einerseits, dass ich gerne möchte, dass möglichst viele mitspielen können, aber gleichzeitig will ich auch nicht dieses, dass ich einen übergigantischen Pool habe, wo die Hälfte der Leute nie Zeit hat und nie mitspielt. Weißt du, wo du praktisch so, ich nenne es jetzt mal gemein, Spielerleichen hast, die dazwischen liegen. Weil das wäre ja irgendwie doof. Dann habe ich einfach eine riesige Liste und eine gigantische Skype-Konfi oder so, in der ich dann frage und drei Viertel davon antworten nie und es sind trotzdem immer nur dieselben, die mitspielen. Das wäre ja blöd. Die Idee ist halt in sich, dass es viele Spieler sind, die aktiv sind. Es können natürlich auch gerne mal welche mitmachen, die so sagen, ich habe generell nicht wirklich viel Zeit, aber ich würde ganz gerne bei dem einen mal mitmachen, weil ich da Zeit habe oder so. Das ginge vielleicht. Ich muss es mir, wie gesagt, mal überlegen. Vielleicht, dass es so Temp-Charaktere gibt oder dass ich so ein Set an, ich nenne sie mal NPC-Dieben habe, die Leute einfach spielen können, wenn sie es nur mal austesten wollen. Das wäre vielleicht ganz interessant. Das muss ich mal gucken. Wie gesagt, das ist momentan das, was ich noch erwäge. Ja. Das halt ist in Arbeit. Ich habe momentan unglaublich viele Ideen für verschiedene andere Sachen. Aber das ist halt einfach die Zeit. Die Zeit. Zum Beispiel, da habe ich auch mit André, dem Autor, drüber geredet. Ich hätte auf der APC, ich habe eigentlich eine unglaublich coole Idee für eine komplette Kampagne Los Muertos, also wo man durch alle Ebenen geht, von Anfang bis zum Ende, mit zwei Spielern. Das Problem ist halt momentan, ah, ich wüsste noch nicht, wen ich dann fragen würde. Und weil einige, wo ich es mir vorstellen könnte, halt auch nicht wirklich Zeit haben. Leider. Und damit meine ich jetzt nicht die üblichen Verdächtigen, sondern ich habe ein paar andere gefragt, mal so nebenher. Aber die haben halt schon gesagt, dass sie nicht können. Da muss ich jetzt momentan mal überlegen. Und vor allem, wo ich den einsetzen würde. Deswegen wäre das zum Beispiel eine Idee für das Saturday Madness, dass das dann sich zum Beispiel, bis die Kampagne durch ist, sich mit Buffy abwechseln würde. Weil Buffy ja ungefähr mal alle zwei Wochen ist. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken. Da hätte ich, wie gesagt, Bock drauf. Ich habe momentan viel zu viele Ideen für viel zu viel Scheiß. Das ist generell mein Problem. Viel zu viel, viel zu viel. Auf allen Fronten. Ich hätte auch, das war jetzt auch wieder ganz cool, am 13. und am 14. Haben Engai und ich unsere Solo-Runden endlich mal weitergespielt. Was echt lange her war, dass wir die das letzte Mal gespielt haben. Und man merkt daran, dass uns die Charaktere, beziehungsweise die Stories sehr liegen, weil wir nach ein paar Minuten schon echt wieder drin waren. Und wir sind echt weit gekommen. Dieses Mal. Ich freue mich schon darauf, wenn wir irgendwann im Löffelgeil-Podcast die beiden Runden mal recappen, weil die sind scheiße lustig. Ich habe mich so begeiert. Am Montag. Es war großartig. Ein Passfinder. Viel zu viel kann ich. Ja. Ist das jetzt ein neues... Ist das jetzt ein neues Meme? Oder so? Oder irgendein Joke? Mein Chosen hat das ja auch schon mal gesagt. Ist das irgendwas Neues, was ich nie mitgekriegt habe? Ich bin nicht mehr hip mit den Kids. Ich bin aus dem Loop raus. Spät ist es denn? Oh, 37. Dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Ja, weil ich habe nämlich heute Abend eine Tischrunde Dungeons & Dragons mit unserer, wie ich sie ganz gerne nenne, die Hot... Fuck, wirklich chosen. Da habe ich, wie gesagt, eine Tischrunde. Da freue ich mich auch drauf. Das ist sehr cool, weil wir da ein paar Leute bei haben, die noch nicht so viel Rollenspiel gespielt haben und die sehr geile Charaktere spielen und sehr coole Storys haben, generell. Da freue ich mich sehr drauf. Das wird awesome. Was habe ich denn hier noch so drin stehen? Oh Gott. Der trollige Chat. Ich sehe das schon. Ich sehe das schon. Ah, so viel cooler Shit. Das ist ein bisschen abseits davon, aber ich freue mich jetzt auch mega auf nächsten Februar. Ja, das wird schwierig, Chosen. Das wird in der Tat etwas schwieriger. Worauf ich mich sehr freue, ist nächster Februar, weil da bin ich seit Ewigkeiten in irgendeiner Form. Also man sollte bedenken, ich habe das nie wirklich aktiv als Hobby betrieben, aber da bin ich das erste Mal, auf was man wohl als ein Lab bezeichnen könnte, mal wieder. Da freue ich mich drauf. In Polen. Das ist kein Fantasy-Lab, aber sehr, sehr cool. Da freue ich mich drauf. Das wird sehr nice. Vor allem, wenn alles glattläuft, wahrscheinlich mit Backfisch und Frank. Das heißt, sehr nice. Wenn alles funktioniert, wie ich es haben will. Das wird eine coole Sache. Vielleicht schaffen wir es auch irgendwie, das ein bisschen zu dokumentieren oder so. Mal gucken, mal gucken. Weil im Kontext von einem Lab wäre das gar nicht mal so problematisch, das tatsächlich zu dokumentieren in einer gewissen Form, ohne dass das jetzt irgendwie extrem störend ist, weil man seine Kamera in der Hand hat die ganze Zeit oder so. Das könnte funktionieren. Mal gucken, mal gucken. Je nachdem. Je nachdem. Ah, so viele Dinge. So, viele Dinge. Das war dieses Harry Potter-eske. Ja, 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 exakt. Uh, ein Witcher-Larp. Das ist interessant. Da würde ich vielleicht sogar auch tatsächlich mitmachen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Klingt awesome auf jeden Fall. Ja, das war so, also das, wo wir hingehen, ist so Harry Potter-eske. Also die mieten ein großes Schloss. Das haben die schon mehrfach gemacht. Es gibt ein Witcher-Larp, nur nicht auf Englisch. Ah, wahrscheinlich, ja, ja. Es wird ziemlich nice, weil das ist, wie gesagt, dieses Harry Potter-Larp. Das heißt halt College of Wizardry. Das gab es jetzt schon, ich glaube, acht oder neun Mal auf Englisch. In Polen, sollte man sagen. und die machen jetzt das erste Deutsche auf dem neuen Internat, das sie sozusagen dafür lore-technisch geschaffen haben, namens Nibelung. Worauf ich mich sehr freue, wie gesagt. Das wird sehr nice. Ja, nur auf Polnisch. Ja, ja, ja. Das wäre cool. Tatsächlich. Auch wenn ich jetzt erstmal mein ganzes Geld dafür rausschmeiße, nach Polen zu fahren, um auf das College of Wizardry zu fahren zu gehen. Aber darüber reden wir mal nicht. Zu teuer. Naja, wenigstens muss ich nicht noch Geld für ein überkandideltes Kostüm rausschmeißen, dass er nämlich wilds. Mit Schalab-Infos kann ich, ja. Wie gesagt, ich glaube, ich habe irgendwas verpasst. Ich fühle mich wie einer von diesen alten Opas. Oder so diese Mid-Thirties, die irgendeinen In-Joke von den hippen Teenagern nicht mehr verstehen. Jetzt machen wir fünf Minuten nicht im Internet. Sofort geht die Welt unter. Naja. Ja, wie gesagt. Ich kann auch mal ein bisschen was zu Saturday Madness sagen, weil das ja auch ein Ding ist, das ja jetzt, wie gesagt, sich so langsam etablieren soll, so ab nächsten, übernächsten Monat aller spätestens. Da wird auch der Nerdpool-Spielerabend wiederbelebt drüber. Und hoffentlich auch Little Fears in irgendeiner Form. Und ja, wie gesagt, das ist alles noch sehr, also die Idee ist in sich, dass, wie ich schon gesagt hatte, an jedem Samstag, wo ich abends nicht unterwegs bin, dass da eigentlich irgendwas läuft, wenn ich nicht in der Gruppe von wem anders bin. Oder so. Weil ab nächstes Jahr, glaube ich, meine, ich wollte Engai seine Adventurers-Gilde auch machen. und da haben wir schon gesagt, da werden wir uns dann irgendwie so klug aneinander langschlängeln und das abwechseln. Was soll ich sagen? Ich werde am Montag 30. Du weißt, was ich meine. Es sind nicht zwingend mit 30s, aber einige, die ich kenne in dem Alter, haben das öfter mal. Vor allem mit Teenagern. Aber ich hab das auch schon. Deswegen reiß ich ja bei den Witz mit dem Hip mit den Kids. Ich rutsche ja langsam auch schon in die Richtung. Ich bin also der Letzte, der sich darüber beschweren kann. Oh ja, genau, wenn mir das gerade noch einfällt, weil einige immer mal wieder danach fragen, wann ein Packmeier weitergeht. Das ist momentan erst mal auf Eis gelegt bis wahrscheinlich August, weil dann kommt das offizielle Regelwerk raus und dann können wir nämlich zum Beispiel mit den überarbeiteten Regeln spielen und dann haben wir die volle Palette an Zaubern und die Klassen sind nochmal überarbeitet und das Levelsystem ist da. und so weiter und ich hab einfach mehr Zeug, mit dem ich arbeiten kann, weil die dann auch das Setting festgelegt haben. Also endgültig festgelegt. Außerhalb von dem, was wir schon wussten und ich krieg das ja zugeschickt dementsprechend. Ich wär sozusagen, sobald es da ist, kann ich anfangen zu planen beziehungsweise mit den anderen ihre Charaktere überarbeiten dann für die finale Version und dann kann man mal gucken. Ja, es gibt keine Links chosen. Vergiss es. Vergiss es. Vergiss es. Ähm. Ja. Das steht noch an. Ich muss mal kurz gucken, ob noch irgendwas fehlt. Ich und Dennis hatten mehrfach über Virebursionitis geredet in letzteren Sachen. Das? Okay, nicht Pet5 meinteinander schreit. Ja. Da hat's dich wahrscheinlich... Aber wieso hattest du das als Link interpretiert? Hast du immer Punkt dahinter gesetzt, oder was? Also Punkt, Pet, Punkt, Pet, Punkt, Pet, Punkt, oder was? Tja, 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 Tja. Ja, wie gesagt, wir haben über Virebursionitis geredet, da geht's jetzt so ganz langsam los mit den Planungen, aber das Ding ist halt eben, wir müssen ein bisschen auf Engai warten, weil der in Season 3 halt wieder wichtig wird für ein paar Szenen und da müssen wir gucken, wie das mit dem Umzug bei dem ist und mit Work, mit Warg, damit wir alles geplant und ordentlich gemacht kriegen. Aber da sind schon einige Sachen passiert, wenn auch eher kleine Sachen. Aber eine grobe, grobe Outline haben wir. Fehlt noch irgendwas, fehlt noch irgendwas. Für ein paar Szenen. Sollen wir das Ende hochladen? Ja, da gab's halt ein Problem, sein Laptop ist ja verreckt, der streamt ja momentan von seinem uralt Laptop, deswegen sah auch die letzte Folge Oversight so komisch aus, weil er seine ganzen Grafiken verloren hat und da war halt auch wohl scheinbar das Video mit auf der Festplatte und das muss er jetzt alles erst wieder runterziehen, weil er halt das Laptop nicht mehr ankriegt. Aber ihr könnt ihn gerne weiter voll trollen mit Hashtag Engai laden wir hoch, weil ich weiß genau, dass du das wahrscheinlich nachguckst, Engai. Also fügt echt nach das Video hoch. Ich weiß, dass du das kannst, also hör auf rumzujammern. Denn ich weiß, dass du das hier guckst, du Bastard. So. Ja, wie gesagt, das sind so die Dinge, die so ein bisschen anstehen. Etc. PP. Mein Kaffee ist gerade leer gegangen. Oh nein. Das heißt, ich werde gleich heiser werden wie sonst was, weil ich tendiere dazu, schnell heiser zu werden. Aber immerhin scheint es nicht im Void verschollen zu sein. Ja, wir überlegen jetzt halt momentan, ob wir es eventuell halt als erste Episode für Season 3 dann halt anlegen, weil es halt mehr Sinn macht, als es jetzt irgendwie unzusammenhängt hochzuladen. Es wird, wie gesagt, dann wahrscheinlich die, das Opening sein. Es wäre schade drum, weil es ist eigentlich ein ziemlich wichtiges Video. Ja, Technik. Das ist einfach. Ja, Inga hat ja schon immer von so einem Kartoffellaptop aus gestreamt beziehungsweise gearbeitet. Es ist nicht verwunderlich, dass das irgendwann verreckt. Ich gucke gerade mal in meinen Notizen, ob es noch irgendwas Wichtiges gibt. Das habe ich gesagt, das habe ich gesagt. Äh. Ah ja, genau. Im Zusammenhang von der Saturday Madness habe ich noch 1x1 Shots, die ich vielleicht machen will. Oder 2 Shots wahrscheinlich eher. Je nachdem, wie die Spieler so drauf sind, mit denen ich das dann im Endeffekt spiele. Einmal für Dungeons & Dragons und was war das andere? Ah ja, für Monsters & Other Childish Things und eventuell habe ich eine Möglichkeit gefunden, Dread mit Leuten live zu spielen, was ziemlich geil wäre. Und ich habe eine ziemlich geile Idee für eine sage ich mal, auch für so eine Mini-Kampagne, könnte man es eventuell nennen. Ich weiß es noch nicht genau. Oder ich sage mal, mehrere, es würde auf jeden Fall mehrere Abende dauern, ähm, mit, was für Cabin in the Woods Style, also wo die Spieler alle die, sozusagen, diese klassischen Horrorfilm-Klischee, diese Horrorfilm-Klischee-gen Teenager-Charaktere spielen, die zusammen auf eine Hütte im Wald fahren und dann Shit happens. Und dann geht es halt darum, das zu überleben. Und eventuell den Schrecken aufzuhalten, der dann lauern mag. Da habe ich eine coole Idee für. Das könnten wir, wie gesagt, entweder mit Dread spielen, weil dafür gibt es halt eine Version, oder, ähm, mit dem Uni-System würde ich das ansonsten machen, weil es geht auch ganz gut. Mal gucken! Mal gucken! We will see! Wie gesagt, das sind so die, ich habe, wie gesagt, ich habe zu viele Ideen und zu wenig Zeit. Generell. Es ist einfach was, womit ich mich abfinden muss. Und da FockenMirrors ziemlich lang ist, kann ich auch nicht so was sagen wie, oh ja, das hänge ich hinter FockenMirrors, wenn das durch ist. FockenMirrors könnte potenziell Jahre dauern, das fertig zu spielen. Okay, alle Estes sterben. Sehe ich jetzt schon voraus. Das könnte durchaus sein, ja. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die sich anstellen. Aber ich, äh, ich hätte da ein paar coole Ideen, wie gesagt, für. Mal gucken! Das ist ja so einer dieser Klassiker, die man immer anführt, wenn einer fragt, ne, so wie, wie funktioniert eigentlich Rollenspiel? Und du so sagst, so als Beispiel dann dieses, hast du es schon immer gehasst, wenn in Horrorfilmen Leute dumme Entscheidungen treffen. So ein bisschen so nach dem Thema würde das laufen. Aber auch dafür müsste ich ein bisschen homebrewen, etc. Da würde ich mir wahrscheinlich sehr viel aus Buffy borgen und einfach nur die magische Komponente rausschneiden und die ganzen Supernatural-Sachen und würde sozusagen nur die, irgendwie Outsider, der Jock, etc. pp. oder ne Menge PvP, ja. Ich hab generell ein paar coole Ideen, so in diese Richtung, wo man als Spieleleiter mehr oder minder nur das Setup gibt und die Spiele halt untereinander sehr viel interagieren und sehr viel Zeug machen. Die andere Idee wäre halt so dieses von, dieses, so ein bisschen so dieses, sag ich mal, Rollenspiel-Cloedo, wo du es halt hast, die Spieler sind alle eingesperrt in einer Villa oder so, vielleicht durch einen Schneesturm und einer stirbt oder sowas. Keine Ahnung, ich hab ein paar Ideen so in die Richtung, ich muss mal schauen, wie ich das mache. Vielleicht kombiniere ich die zwei sogar. Einer von den Teenagern stirbt und dann, äh, müssen die rausfinden, was genau passiert ist und wer es war und können nicht raus und einer der anderen Spieler ist ein Verräter, weil, ha, wir kennen den Jock, ja. Sobald du einmal scherzhaft gesagt hast, dass du der Verräter bist, wirst du den Witz nie wieder los. Damit muss ich erleben. Also Jarvis' Stream. Sag ich ja, den Witz werde ich nie wieder los. Da ist Jarvis so ein cooler Charakter. Ist fast schade, dass der unter dieser, sag ich mal, unter diesem Joke fast begraben liegt jetzt inzwischen. Eine schwarze Musse. Das ist irgendwie böse, wenn man das direkt unter Jarvis schreibt. Dabei verrecke ich wahrscheinlich in der nächsten Rotro-Runde. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Klingt nach Chloedo. Ja, ja, habe ich ja gesagt. So eine Art Rollenspiel-Chloedo. Was wahrscheinlich daran liegt, dass ich in meinem letzten Urlaub mit meinen Freunden sehr viel Chloedo gespielt habe, weil wir kloppen uns immer wieder Brettspielen und wir hatten unter anderem das neue Chloedo mit und haben uns gegenseitig zerfleischt. Es könnte, wie gesagt, künstlerisch werden. Ich muss mal gucken. Ich muss mal schauen. Aber ich sehe, dass die Zeit uns langsam davonläuft, denn wie ich schon angekündigt hatte, ich kann nur so bis zwei und jedenfalls auf meiner Uhr ist es 12.52 Uhr. Deswegen machen wir jetzt auch nicht mehr so lange, weil ich glaube, ich habe auch die wichtigsten Sachen gesagt, mein Kaffee ist alle. Wie ist das Spiel auf der PS4, was auch so Teenie Horror ist? Du meinst wahrscheinlich Until Dawn? Nehme ich mal schwer an. Das, wo die oben in die Berggückel gehen und von den Wendigoes gejagt werden, wenn du das meinst. Ich habe noch keine Episode Chloedo gesehen, hätte aber mal mega Bock drauf. Aber es gibt das nicht bei Netflix. Ja, das deutsche Netflix ist ja eh noch ein bisschen eingeschränkt wegen den ganzen Rechtskisten. Ich hoffe, das wird noch besser. Ja, darauf ist Until Dawn ja auch angelegt. Wenn du die Charaktere in ihren Charaktere, also sozusagen in Characters spielst in Until Dawn, also wenn du die an den Klischees aufhängst, denen die zu folgen scheinen, dann überleben die am wahrscheinlichsten tatsächlich. Also wenn du die spielst als den Jock, die Bitch, die irgendwie die beste Freundin und das Mädel, das am Ende überlebt und so. Wenn du die nach diesem Prinzip spielst, dann haben die tatsächlich eine ziemlich gute Chance, das Spiel komplett zu überleben. Soweit ich's verstanden hab. Ja, wie gesagt, und es basiert natürlich auf diesen ganzen Horrorfilms, äh, Horrorfilms, auf diesen ganzen Horrorfilmen, auf diesem Klischee davon und ich finde halt die Idee sehr cool. Dementsprechend werde ich da vielleicht was mitmachen. Ah, so viele Projekte, so wenig Zeit und ich hab mir auch Private Eye gekauft und hätte auch Bock was irgendwie mit Detektiven zu machen und Detektiv-Abenteuern und Investigativ-Shit. Aber die Zeit, die Zeit, die Zeit. Einfach keine Zeit. Vielleicht kombiniere ich einfach alles. Ich mach einfach, keine Ahnung, ich mach, äh, es spielt in einer eingeschneiten Villa, der Detektiv ist mit seinem Kumpel hochgefahren, weil die einen Notruf gekriegt haben und die ganzen Teenager sind tot und er muss rausfinden, was genau sich zugetragen hat. Und vorher spiel ich oft eher mit sechs Leuten, was den Teenager passiert ist. Oder so. Keine Ahnung. Und am Ende war es der Assistent all along oder der Gärtner. Apropos, wann geht Undertale weiter? Äh, muss ich mal gucken. Irgendwann mal. Momentan, wie gesagt, Gaming-Streams sind halt für die meisten Leute, die mir auf Twitch folgen, sind halt nicht so, sag ich mal, nicht so interessant. Dementsprechend. Hatte ich relativ lange passiert, aber ich könnte es mal weitermachen. Ich muss es ja auch noch fertig präparieren, bevor wir, äh, gut kombiniert laufen. Das ist halt zusammengeschmissen. Aber könnte lustig sein. Könnte witzig sein, tatsächlich. Mal gucken. Es könnte gut funktionieren, tatsächlich. Das muss ich mir, glaube ich, fast aufschreiben. Fuck. Stift hier. Ah, ich habe es aufgenommen. Worüber rede ich überhaupt? Ich habe es auf Video. Aber, aber Undertale, ich weiß, ich weiß. Aber Undertale ist sowieso besser, wenn man das selber spielt. Es kostet nur 10 Euro auf Steam, also kauft es euch und spielt es selbst. Es ist gut. Traut mir einfach. Lasst euch drauf ein und you will love it. Trust me. Play it till the end. Several times. Und das Englisch ist auch nicht so kompliziert. Also es ist relativ simpel für die Leute, die sich das nicht so zutrauen, ein Spiel auf Englisch zu spielen. Es ist ganz angenehm. Ja, wie gesagt, da könnte man was Cooles aus der Idee basteln. Irgendwie. Also so im Sinne von ich spiele erst mit den Leuten, die Teenager sind und gucke, wer überlebt und falls einer überlebt, wird der mit in die Live-Runde integriert. Ich habe es aufgenommen. Oh Gott. Ich vergesse manchmal, dass die Streams ja gespeichert werden, weil ich vor allem meine eigenen Streams mir oft nachhändig nochmal ansehe, weil ich war ja dabei. Es sei denn, dass es was sehr Ulkiges passiert. Oder ich muss Plot für mich selber nochmal recappen oder sowas. Oder ich will irgendwelche Szenen rausschneiden, weil die witzig waren oder so. Keine Ahnung. Dann gucke ich es mir nochmal an, aber generell ansonsten eher nicht. Ja, Chosen hat heute definitiv einen Clown gefrühstückt. Das ist momentan sein Satz der Woche beziehungsweise sein Meme der Woche. Ich sehe schon, wie das nächste Woche endet. Ah ja, genau. Je nachdem, wie Chosen und ich drauf sind und vielleicht auch Dennis, je nachdem, wann der kann, machen wir vielleicht sowas wie einen Riff-Track hier. Ich muss mal gucken. Also wo wir, das hatten wir glaube ich im letzten Morgen-Caffee auch schon gesagt, dass wir Punkt verloren. Der Kaffee lässt nach. Dass wir eventuell die ersten Power Rangers-Folgen gucken und da ein bisschen drüber rumlulzen. Chosen schreit Moment. Chosen ist eigentlich Hannibal Lecter. Ich dachte, das wäre meine Rolle. Ich bin doch der Ex-Kannibale im Forum. Ja, wie gesagt, das könnte vielleicht ein Ding sein, das wir machen. Er baut jetzt ein Meme daraus, verdammt. Gott. Ich sage es ja inzwischen relativ selben, aber Gott dammit. Kill him. Kill him now. Kill him before it lay sex. Ja. Ich glaube, das war es für heute tatsächlich. Wir sind jetzt auch gut so lange live gewesen, wie ich ungefähr eingeschätzt hatte, dass wir live sind. Ich habe mich hier grandios allein durchgerödelt. Der Chat hat mir ein bisschen geholfen, dass ich meinen Faden nicht komplett verliere an ein paar Stellen. Und dann sind wir nächste Woche wahrscheinlich wieder da mit mit Gästen. Hoffe ich doch. Wäre gut. Ah ne, Quatsch. Nächste Woche sind wir definitiv mit Gästen, aber Chosen ist da und wahrscheinlich auch Dennis morgens früh, wenn der früh genug wach wird und hierhergefahren kommt. Das heißt, nächste Woche haben wir definitiv Gäste. Auf jeden Fall Chosen, eventuell Dennis, vielleicht sogar noch andere. Werden wir sehen. die dann aber über Skype. Müssen wir nochmal gucken, wie wir das machen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Okay. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Samstag, weil ich muss jetzt gleich ein paar Sachen vorbereiten für meine Tischrunde heute Abend. Wir sehen uns eventuell morgen früh in entweder Rotre oder Dragon Age und dann abends in Sandboxing mit Dennis. Weil dafür musst du auf jeden Fall können, der hat zugesagt. Gute Nacht. Und ja, und dann am Dienstag im Löffelgeil Podcast, am Mittwoch in Fock and Mirrors, am Donnerstag in Otherside, am Spätes, am Freitag eventuell bei unserem Power Rangers Riff Tracks beziehungsweise bei wahrscheinlich irgendwelchen anderen Dreck, den wir machen. Am Samstag im Morgen Café und abends im Buffy und Sonntag dann via Sandboxing und irgendwas. Wir werden sehen, das ist, wie ihr merkt, relativ wenig Ruhe. Euch einen schönen Samstag und Sonntag. Goodbye.